Ich möchte nun, nachdem ich bislang etwas hier am Boden verklebt habe, sozusagen zum Ende der Welt hier hinten vordringen und hier mit der weiteren Landschaftsgestaltung beginnen. Das räume ich hier erstmal ein bisschen auf. Einiges von dem Zeug hier werde ich nämlich nicht mehr brauchen können. Ich komme zurück mit jeder an den ganzen Bäumen. Sollte ich hier vielleicht machen, dass wir nicht kleben, aber nein. Das gehört zum Ungestaltung im Bereich. Niki hat die Bäume ziemlich gut verpackt, schwer dran zu kommen. Aber jetzt habe ich es soweit. So, dann werde ich mal sehen, was alles in der 100-Type drin ist. Die sind ziemlich klein. Das sind die großen, die ich brauche. Ja, was ich jetzt noch brauche, ist eine Bohrmaschine. So, dann werde ich jetzt noch ein bisschen verpacken. Das war vielleicht etwas nah am Gleise, würde ich mal sagen. Was auch auffällt ist, mit einer Leiter geht es halt besser. Was auch auffällt, mit einer Leiter geht es halt besser. Eine Schere wäre nicht schlecht. Oder vielleicht eine Beißzange. Oder vielleicht eine Leiter geht es halt besser. 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 Und einfach um jetzt mal ein bisschen was von diesen kleinen Dingern hier unter den Füßen weg zu kriegen, Wechsel ich mal den Standort. Die kann nämlich ziemlich dekorativ hier aussehen. Die Leiter geht es halt besser. Die Leiter geht es halt besser. Gut, mit dem Pflanzen muss ich aber wohl noch einmal warten. Gut, mit dem Pflanzen. Gut, mit dem Pflanzen.